Reeper 3 an Alpha 2 Sieht aus, als hätten wir in ein richtiges Hornistennest gestochen. Das Geräusch sollte Ihnen ausreichend Dickung geben, um einzudringen und unsere Männer zu befreien. Viel Glück. Reeper 3. Ende. Bestätigen Sie Reeper 3. Gute Arbeit. Wir sehen Sie auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Gut. Sorgen wir dafür, dass unsere Soldaten befreit werden. Gut. Sorgen wir dafür, dass unsere Soldaten befreit werden. Unter dem Schutz eines Luftangriffs müssen Sie in das Lager einsickern, ohne Alarm auszulösen. Befreien Sie alle Kriegsgefangenen und führen Sie sie aus dem Lager. Bringen Sie Ihre Gruppe und die Kriegsgefangenen zum Straßenüberführungstunnel. Dort wartet ein Lkw, der Sie aus Bagdad herausbringt. Grange ist es, um sie nicht zu sehen. geräusche Wir sehen uns in der Schweiz immer wieder. Wir sehen uns in der Schweiz. Übergende Schleuchze und die Kusten haben Sie in der Schweiz. Für Sie werden in der Schweiz vielleicht auch noch nicht zu sehen. Wir sehen uns weiter. Wir sehen uns weiter. Wir sehen uns in der Schweiz. Wir sehen uns ins Prag- und in der Schweiz. Wir sehen uns im Hintergrund. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Um hier, um hier! 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 Um hier, um hier, um hier! Um hier, um hier! Um hier, um hier! Um hier, um hier! Um hier, um hier, um hier! Um hier, um hier, um hier! Um hier, 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 um hier! Das war's für heute. Die Katerin-Pogel! Geh auf den! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warten Sie auf mich! Warten Sie auf mich! Warten Sie auf mich! Warten Sie auf mich! Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm her, komm her! Orden verliehen. Fähigkeiten erhöht. Untertitelung des ZDF, 2020